Was machen wir hier? Es ist ganz einfach, Lisa. Auf dem Tisch steht ein Getränk. Trink es. Dann lösen sich deine Probleme in Luft auf. Was ist da drin? Ist ein Geheimrezept. Woher weiß ich, dass ich dir vertrauen kann? Das kannst du nicht wissen. Du musst das Risiko eingehen. Nein, ich will einen Beweis. Okay, ich werde einen Anruf machen. Hast du immer noch nicht genug? Wir können den ganzen Tag weitermachen. Hat dein Handy auch geklingelt? Jemand hat uns die Bitcoins geschickt. Hier steht, dass wir Martin gehen lassen sollen. Okay, schmeißen wir ihn raus. So, dein Vater ist wieder frei. Du willst Samuel und deine Mutter auch retten? Ja. Du weißt wie. Okay, ich werde es tun. Gute Entscheidung, Lisa. Bald ist alles vorbei.